Musik Moin moin und herzlich willkommen in einer neuen Folge Let's Play Emergency 2012 Ja letzte Woche ist leider nichts gekommen, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin Und wir starten glaube ich mal gleich rein Ja, München ist in Eis gefangen, wir müssen die Stadt evakuieren Tut mir leid, wenn ich nebenbei was trinke, aber ich komme gerade von der Arbeit Ich habe mir gerade einen Döner reingepfiffen, so richtig geil Jawohl, ich habe einen neuen ausprobiert Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll Also der beste gibt es wirklich, so einen größeren, habe ich jetzt von echtem Türken mitgekriegt Sag ich jetzt mal Und ja, nebenbei muss ich ja ein bisschen was trinken, dass der Döner ein bisschen feucht bleibt Dass meine Zunge ein bisschen feucht bleibt Dass ich regen kann Was an dieser Mission extrem tricky ist, sind mehrere Sachen auf einmal Das wissen wir Aber was auch extrem schwierig ist, denke ich mal Der Einsatz gegen die Wölfe Die sind, denke ich mal, am schwierigsten Für diesen Einsatz hat man Ihnen neue Einsatzfahrzeuge zur Verfügung gestellt Mit dem Bulldozer können Sie besonders hohe Schneewehen beseitigen Die ansonsten ihre Einsatzkräfte blockieren würden Und Polizisten, die sie mit einem Megafon ausrüsten Können Zivilpersonen in den Großraum Transportwagen bringen Mit dem sie dann aus dem Einsatzgebiet evakuiert werden So, so ist mir jetzt mal alle mit einem Megafon aus Ja, da hört man schon die Hunde ein bisschen Wölfen Falls man sie dann hören sollte So Was los? Ja, man sollte langes anfangen Wissen wir So So, jetzt tun wir erstmal da den abladen Hier nach hin Da steht einer Und wir tun natürlich den Helikopter landen Weil ich davon ausgehe, wenn ich ehrlich bin Dass ich das nicht ganz rechtzeitig schaffe Also, da sind ein paar Sachen dabei, wo ich sage Die sind echt zu jedem schwierig Und es gibt natürlich Verletzte Es kann sein, dass mit den Wölfen irgendwas passiert Also, es ist immer alles möglich Und genau deswegen brauche ich hier einmal die Scharfschützen Ah, jetzt habe ich die falschen Shit Ah, geh weiter, komm So, brauche ich den hier Dankeschön So, hallo Warum gehst du denn du nicht an? Was ist mit dem los? Der buckt Der buckt irgendwie um und her So Da nehme ich jetzt mal drei Schützen mit raus Die, wo mich beschützen Hallo Drei I2 noch Genau Die buckt irgendwie Heute schon wieder das Umland So Ähm Dann hier gleich Scharf stellen Ausführung beginnt Der Nächsten Da lang Kommt ihr schon hin? Ne Dafür brauchen wir den Dritten für dich So Dann schauen wir, ob wir da hinschauen Das gibt's nicht Ob's jetzt geht Ich will da auch nicht so nahe hin Weil die sind immer schnell da Die Wölfe Genau wie jetzt Hallo 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 Ich hätte dich gebraucht Ich brauche dich Ja Zack Die beiden Brauche ich jetzt hier So Nix passiert No props So Hier Da tun wir hier schon mal evakuieren Da nach hinten Und jetzt glaube ich Können wir gleich die nächste Ladung holen Können wir hier gleich Den nächsten Megafon Man So Und deswegen brauche ich auch mehrere Scharfschützen ganz gerne Weil Wenn was los ist Dann will ich die eigentlich wieder auf vollste Ähm Ding haben Also dass sie wieder topfit sind Da Einer ist ein bisschen verletzt Gut Schau Nix passiert Äh Was haben wir hier noch? Helikopter müsste hier irgendwo fliegen Wo ist er denn? Hier ist er denn Was geht Sofort Schicken wir mal da hin Ja Polizist sagt Die sollen einsteigen Der Polizist sagt Die sollen Da noch einsteigen Dann haben wir hier noch einen Höre Wir haben ausgeführt Auf dem Weg Ich hoffe dass jetzt von da hinten keiner kommt Wenn jetzt da einer kommt Dann bin ich ein bisschen Am Sack Aber ich glaube Höre Da dürfte nichts passieren Wenn es dann hier auch sofort einer Bin unterwegs So Jetzt schauen wir mal alle Ja perfekt So Weiter gehen Weiter gehen Weiter gehen Unbedingt da hin Da wollen mal wieder welche nicht mitkommen Das hasse ich Und er sagt sie sollen mitkommen Aber irgendwie nicht in die Hufe kommen Das ist sowas Das weiß ich nicht warum Das bugt irgendwie immer noch Ist es auch nicht so wild Kriegen wir auch noch hin Wo sind denn die nächsten So Da hinten ist eine Schneeblockade Die brauchen wir im Bulldozer Das funktioniert heute irgendwie schon wieder nicht so Ich glaube meine rechte Maustaste spinnt ein bisschen Da legen wir mal nix frei Da hinten werden wir mal gebrauchen Aber Das ist einer der Dinger kommt Ein Wolf Das weiß ich Und ich bin eigentlich ganz gerne immer auf Erst auf einer Seite fertig Bis ich dann auf der anderen bin Aber ich kann ja schon mal die zwei vorschicken So Schauen wir mal was da alles sich Oh Eieiei Was sehen wir da Ein Wolfsrudel Da brauchen wir fast drei Erst da brauchen wir drei Was geht's Auf dem Weg Höre So Du Gehst schon mal weiter Höre Der nächste So Perfekt So läuft's Ja Und jetzt über was kann ich labern Mir ist letzte Woche mein beschissenes Handy geklaut worden Beim Training Sackt nicht richtig an Irgendso ein Bastard meinte Ja hey Da ist ein Samsung Galaxy S4 Das nehm ich mir einfach mal Weil ich ein verschissener hohen Sonnen bin Und ich ehrenlos bin Ja gut Und jetzt hat ja Bin ich im Moment Handy los Ist ein bisschen scheiße finde ich Aber gut Kann man nichts machen Ne Aber es Da fällt mir erst auf Wie krass abhängig man vom Handy ist Also ich hab jetzt gar keinen Sicherung ist auch kein Ersatz Handy Warte mal Wo ist denn denn Nächste Da Dich brauche ich mal Komm her Und äh Also das ist wirklich Krass Übertrieben Wenn man so weiß Was da eigentlich alles los ist Vor allem ich denke mir so Am ersten Tag Hab ich erstmal verpennt Weil ich vergessen hab Ich habe ja keinen Wecker Ich Wie soll ich meinen Wecker stellen Mein Wecker ist Ding Und ich hab einfach Mir keinen normalen geholt Was echt Ja Oh jetzt ist die ja schon wieder im Weg So Brauchte ich nochmal Zack Kill ihn Danke Ja schaut doch schon mal gut aus Nächste Genau Zack Boom Tod Das sieht man auch Die müssen immer erst nachladen Und dadurch dauert das ganze Ist das ein Wolf Ne Schau mal Schau mal Da kommt eventuell ein Wolf raus Deswegen So Wo haben wir denn noch So Wo ist denn der Polizist Sag dann mal da einsteigen Ist in Ordnung Ist auch in Ordnung So Der zieht sich mal zurück Weil hier einer reicht Wo ist denn mein zweiter Einer Zwei Okay Zweiter geht mal da lang Sag mal da die Wölfe Genau Der glaub ich Chillt sich mal da hin Ich glaub das ist fast die beste Posi Ein bisschen weiter vor Genau Perfekt Du gehst mal da hin Ah Perfekt Genau das hab ich erwartet Genau Jenis So Aber das brauch ich Aber hallo Ich brauch hier Oh Gerade noch so So Ist irgendjemand verletzt Ich glaub nicht So Einsteigen Würde ich sagen Auch bitte einsteigen Alle So Ist irgendjemand verletzt Ich denke mal nicht Nichts passiert Gut So Dann haben wir hier noch einen Der Schaf Der snackt sich jetzt mal die hier Bleiben wir mal da Jetzt hoffe ich Dass da nicht mehr viel passiert Oh Fuck Höre Bin unterwegs In Ordnung Zu Befehl Oh Das war knapp Also da müssen wir fast ein bisschen aufpassen Was geht's Dass da nicht so viel passiert So Einsteigen Schnell 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 Nicht dass hier auch noch einer kommt So ein scheiß Wolf Das nervt mich halt wirklich Ne Weil Manchmal kommen die da her Und du weißt gar nicht woher sie eigentlich kommen So Und der kann sich Oh Da kommt er Und ich wusste sowas So Aber der wird jetzt erstmal weggeknallt Auch wenn er wahrscheinlich harmlos ist Aber ich brauch hier Wolfstille Weil Die kann ich im Moment einfach nicht gebrauchen Die kann ich im Moment einfach nicht gebrauchen Ich hoffe das kann man verstehen Also in echt würde ich nie einen Wolf killen Dann würde ich lieber Menschen killen Wenn ich ehrlich bin Weil Aber sonst ist das denke ich hier einfach zu anstrengend Außerdem muss ich hier die Menschen retten Und nicht die Wölfe So Letztes Sniper ist weg Kann sie auch noch vorne verpieseln Und dann gehen wir mal nach da unten So Alle erstmal einsteigen Hier der Polizist Ich hoffe der packt es jetzt auch mal Seinen letzten da Einsteigen zu lassen Entschuldigung Ja der kommt auch daher Super Da Super So Und jetzt brauchen wir glaube ich erstmal auch die hier Die sind jetzt auch wichtig Scharfschützen Alle weg abgezogen Alle abgezogen Ja 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 Dann kannst du mal Dich schau mal nach da hinten Verzweigen Eins haben wir jetzt hier Sehr schön Was brauchen wir noch Der kann sich Der kann Der geht mal zum Doktor Onkel Doktor kommt vorbei Habe ich da noch welche Ach das sind alle drei Ne Jungs Abmarsch So Hier Euch brauche ich jetzt mal nicht mehr kurz Ihr könnt mal da lang gehen Aber was ich jetzt unbedingt brauche Ist jetzt wirklich Habe ich das Mir fehlt einer Warum fehlt mir einer Ach da steht noch einer Der kann auch zu Fuß hinter gehen So Die brauche ich jetzt nicht Die gehen jetzt mal nach da Die Hundeführer brauche ich da Na es geht langsam Also ich glaube die Zeitbonus Der ist mir weg Also den Kann ich glaube ich knicken Ja So Da einer hin Da einer hin Scharfschützen wenn ich bitten darf Sind da hinten noch Wölfe Da sind Wölfe Gut die muss ich auch weghauen Ist hier einer Ist jetzt keine noch So darf ich noch einen Scharfschützen da hinten liegen Genau der hier Kommt jetzt mal zu mir So hier suchen So jetzt brauchen wir hier noch schnell Den Rettungshelikopter Der die Letzten dann Zum Glück Auch abtransportiert Du sagst Die sollen da einsteigen Das denke ich mal machbar Der Das hier Und dann brauche ich gleich Meine Scharfschützen Dann habe ich hier Eins Zwei Okay Da hinten Okay Erstmal alle gleich wieder Eine holen So jetzt brauche ich hier Wieder meinen Wenn er denn funktionieren Sollte Den ziehe ich fast ein bisschen Weiter nach hinten Schauen wir mal zu wem er läuft Gut So den ziehen wir jetzt Eins nach hinten Genau So Da vor Ab nach vorne Denn Nächster Wolf Sind hier zwei Gut Zwei Wölfchen Der erste wird da scharf gemacht Aber ein bisschen versetzt Aber wie gesagt Wenn man die alle hintereinander In einer Position macht Dann sind die normalerweise Relativ bald dead Und das ist natürlich das gefährliche Kommst du schon hin? Ne Hätte ich auch Wenn ich ehrlich bin Nicht erwartet Du gehst mal wirklich Zeitweit vor Ne Aber mit dem gehe ich jetzt vor Weil da brauche ich fast keinen zweiten Zack Eins tot Zwei tot So Und jetzt brauche ich unbedingt Einen Polizisten 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 Perfekt So Wo ist mein Ich weiß dass jetzt hier gleich Ein Wolf kommt Aber Ich muss jetzt hier irgendwie Schnell noch abladen So Ich hoffe dass der jetzt von da kommt Weil jetzt bin ich scharf So wo ist mein Polizist Der läuft gerade um die Ecke Dürfte gleich keiner mehr kommen So Das ist jetzt der letzte Und ich bin hier scharf Das dürfte jetzt eigentlich Das müsste jetzt eigentlich funktionieren Also blind ist natürlich was anderes Aber ich glaube blind ist jetzt Muss jetzt nicht sein Ich hoffe dass der jetzt nicht genau dann kommt Wenn der mir vor der Linse rumläuft So Ja Bin schon dabei Ja Komm chill Oder kommt der von da hin Der kommt von da Boah Gerade noch so Das war knapp Das war richtig knapp So Abmarsch Such schnell Tot Hä Du sollst doch Ist der tot Was ist mit dem passiert Überlebt der noch So Die Menschenmenge Die kann sich schon mal Da rein Fuck Scheiße Ist dem einfach so verreckt Das ist doch nicht Mann Ach da hinten sind doch noch Menschen Oh fuck Ich brauche Menschen Ich brauche Ja guck her Komm schnell 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 Da hier Sofort Das kann ich Also abdecken brauche ich jetzt keinen mehr Dafür ist glaube ich jetzt zu spät So Funden Wo Hier Abtransport Avanti Ich habe doch bestimmt noch hier einen Schafen So Tschüss dich da hinten Was haben wir noch So ich glaube das war es dann fast Oh man Ich glaube Ne das ist keine gute Runde Das ist nicht gut So die Hunde Suchen gleich mal weiter Komm Danke So Dahin Flacken Wo kommt denn mein Dankeschön Dass der auch mal kommt Jetzt müsste eigentlich bald ein Wolf kommen fast Ich hoffe es aber nicht Wir sind noch vier So Jetzt hoffe ich dass nicht wieder ein Wolfangriff kommt Das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen Jetzt bin ich eh schon in Zeitdruck und dann Wolfangriff Ne Ne Das geht's Ah Wer vom Teufel spricht Ich kann ihn gerade nicht erschießen Jetzt Boah Unmöglich Wo ist denn jetzt mein Helikopter Holt ihr schon den nächsten Hoffe ich doch Und lebt er Ja Er lebt Zack Geil Super Yes Erfolgserlebnis Die ziehen ab Dann zieht der erste auch ab Auf dem Weg Sonst ist er erstmal kein Wolfsangriff Hoffe ich So Ja So far Sie zum Abtransporter hier ab Jawohl Höre Ne dann müssen wir echt in den zweiten Helikopter landen So hier Ja komm der überlegt jetzt auch ohne Ist nicht so wild Sind meine Hunde abgeblieben Da Die laufen wahrscheinlich wieder zurück Oder die haben noch irgendwo ein Vermisste Person gefunden Hallo warum landest du nicht Wir sind Warum sind hier noch Zivilisten Ne Geht jetzt nicht Tut mir leid Dass es hier kurz gestört hat Aber Telefon halt Ne So Weiter geht's So Abtransport Ich glaube das waren dann alle Yes Perfekt So die Hunde suchen wieder welche Ich glaube die haben wieder welche gefunden Abtransport Perfekt Geht ihm da hinten weg Boah Meine Güte Nervt der schon wieder Das ist Nico Der Penner Mit dem ich aufnehme Mit dem ich der FIFA Prognose aufnehme Und der tut mich jetzt nerven Meine Güte Unmöglich mit dem Jungen Unmöglich So wo haben die Hunde noch was gefunden Entschuldigung So Kommt Jungle Hunde Kommt 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 Wölfe dürften hier auf der ganzen Map kein einziger mehr sein normalerweise Also da dürfte jetzt eigentlich Nichts mehr sein So Dann schießt die jetzt auch mal auf die andere Seite Da bleiben So Wo findet ihr noch Ah Da hätte ich da hinten schon suchen müssen Das kostet mich halt jetzt Zeit Ah Das war dumm Das war sehr dumm Aber das wusste ich auch nicht mehr Wenn ich ehrlich bin Also So genau alles weiß ich auch nicht mehr Deswegen keine 100% Also Da bin ich froh wenn ich es geschafft habe So Hier Bamm hoch mit euch Ist der Transportfick Ne ist er nicht Ne Nicht maansatzweise Kannst du bei denen hier kurz helfen So Ihr drei hört jetzt mal auf hier T-Nä zu machen Genau ihr könnt dabei auch schon mal einsteigen So Drei Zwei sind noch Da So Und jetzt halt da hin Hä Um drei Ich hab zwei Die Hunde finden jetzt wahrscheinlich noch einen Oh ja Ein einziger verletzt es noch Da brauche ich jetzt den Helikopter unbedingt schnell So Dankeschön Sie haben alle vermissten Opfer gefunden Yes Gut gemacht Aber es war so lang Ne Ne Also Insgesamt jetzt glaube ich 20 Minuten 25 Minuten fast War zu lang Das war eindeutig zu lang Nervt mich Nervt mich wirklich Also das ist auch Ne Genau Helf gleich dem nächsten Opfer Abtransportieren Genau So Ihr könnt schon mal in euren komischen Ding einsteigen Der pfeift jetzt auch mal Einsteigen Einsteigen So Jetzt hab ich hier noch den letzten hoffe ich Komm Ja Danke So Komm schon Wo ist der nächste Sanitäter Hier Aussteigen Abtransporten ist noch nicht Schade Lebt ihr noch Äh Gerade noch so Perfekt So Das ist die perfekte Teilung Jetzt hab ich hier irgendwo noch einen Bulldozer rumstehen Bam Ja genau Tod Exodus Gut Gut für die Zeit Schlecht für Das Karma sag ich jetzt mal Äh Ich mein halt die Punkte Dass ich die halt krieg Ne Das ist auch schon aufgegeben Nervt mich Ne Das ist Für tot erklärt Um 9.45 Uhr Hätte nicht sein müssen Es darf Vor allem die rechts hinten Die ärgern mich jetzt wirklich Die letzten zwei Helikopterflüge für heute Die fliegen verkehrt rum In Ordnung So Hier 21 Das wird Zeitbonus abgeben Menschenlebenabzug Das wird Ich sag mal 50% Trotz einiger Schwierigkeiten Haben sie die Situation noch in den Griff bekommen Schauen sie sich die Auswertung genau an Stellen sie fest In welchen Bereichen Sie sich noch verbessern könnten Ja 59% 59,66% Genau das was ich dachte Schauen Ich glaub da krieg ich nicht mal ne Medaille Ne Gehen wir gleich in die nächste Mission rein Ja Flugzeugabsturz in Moskau In Russland Am Roten Platz Die Mission ist aber am nächsten Mal erst wieder Das Gefühl auf Brenn ist ausgebrochen Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag Genießt die Zeit Bis dahin Euer Nervtl Okay Dann